Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lim und ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Seit meinem letzten Video ist ja schon einige Zeit vergangen, hat ja diverse private, also berufliche Gründe gehabt. Aber heute dachte ich, ich mache mal wieder ein Video, vor allem, weil ich die Möglichkeit euch jetzt, die ich euch zeigen möchte, nicht vorenthalten will. Und ich denke, für den einen oder anderen könnte es was sein. Vorneweg, es ist natürlich alles, was ich euch hier zeige, müsst ihr für euch selber entscheiden, ob das für euch das Richtige ist oder nicht. Es ist keine Anlageberatung, jeder muss halt für sich selber wissen, ob er das machen möchte oder nicht. So, also es geht hier letztendlich ums Trading, um Trading Bots. Ich hatte mich in der letzten Zeit ein bisschen tiefer mit der Materie halt beschäftigt und habe dabei diese Plattform mal ausgetestet. 3Commerce nennt die sich. Unter dem Video findet ihr einen Link. Wenn ihr über den Link euch registriert bei 3Commerce, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Und letztendlich geht es darum, ich habe halt 67 Dollar jetzt in 20 Tagen ungefähr verdient, sprich 4%, obwohl wir jetzt die letzten Tage nicht so gute Tage gehabt haben. Ich kann euch mal zeigen, hier gibt es halt auf der linken Seite, das wird ein kurzes Video werden, einen kurzen Überblick. Es gibt bei 3Commerce auch hier die Möglichkeit halt von einem Wiki und Tutorials. Also da findet ihr wirklich alles super erklärt. Daher einfach nur mal kurz vorne weg. Man kann halt hier traden, ganz normal selber die Trades einstellen. Dann gibt es hier halt die Bots und zwar ist es die Möglichkeit, hier sich mal einige Bots anzuschauen, wie die halt die letzte Zeit performt haben. Und kann die sogar, also sie kann sich angucken, die Bots. Da seht ihr das hier einmal so und hier auch die Umsätze und man kann den Bot einfach kopieren. Also man muss da jetzt nichts weiteres machen, sagt man sich, okay, ich möchte den kopieren. Man kann den aber auch bearbeiten, wenn man will. Das muss jeder für sich selber halt entscheiden. Dann gibt es halt den Bereich hier von den Deals, Moment, Bot Analytics, da, ne, my Bots, genau. Genau, das wollte ich euch zeigen und zwar seht ihr hier halt meine Umsätze. Ich glaube am, ja, am 3.11. habe ich begonnen, wie ihr hier sehen würdet, äh, sieht, genau. Genau, und mit dem Bot und dann sieht man hier jeden Tag, welchen Umsatz man, welchen, ja, ich bin hier an einem Tag sogar 32 Dollar gemacht. Und hier seht ihr auch 44 Dollar Minus gemacht an den letzten Tagen, weil da war einfach, ja, das bedeutet nicht, dass wenn man halt Trading Bot nutzt, dass man nur auf der Siegerseite ist. Man kann halt auch Geld verlieren. Das muss jedem klar sein. Ähm, ja, und dann seht ihr jetzt wieder halt ein bisschen im grünen Bereich und das sind halt auch viele, viele, wie ihr seht, kleine Trades, die gemacht werden, ähm, aber, ja, in der Summe kommt dann doch was zusammen. Bin ich jetzt hier bei etwa 61 Dollar, das variiert natürlich jetzt immer minütlich, kann man schon sagen, teilweise und dann sieht man halt die Kurve. Ähm, dann gibt es halt die Möglichkeit, ähm, ja, kostenlose Bots hier, äh, mit Statistiken auch, sich anzugucken und die halt zu kopieren. Dann seht ihr hier auf der linken Seite, wie das halt eingestellt werden muss und hier seht ihr die täglichen Profite. Auch, ja, weiter zurück kann man da halt dementsprechend gehen. Und dann gibt es natürlich auch die kostenpflichtigen Bots, dann variiert teilweise von 5 Euro, äh, 5 Euro, 10 Euro, 25, 30, also hier seht ihr wirklich viele, viele verschiedene, ähm, kann man hier einfach reingehen. Und die Möglichkeit, das Gute hier bei 3Commerce ist, äh, die Bots können an verschiedenen Börsen gleichzeitig handeln. Ne, ne, die, äh, die Signale kommen über Telegram, ähm, sind aber hier direkt verbunden und ihr kriegt dann halt auch einen Zugang über Telegram bei den meisten Anbietern und sieht dann halt auch nochmal die einzelnen Deals. Und hier seht ihr halt die täglichen Profite, durchschnittlichen Profite und könnt dann halt für euch selber entscheiden, was ihr machen wollt, ob ihr mit Bots arbeiten wollt, das, äh, ist für mich halt sehr interessant gewesen. Oder ihr könnt natürlich auch selber, wenn ihr euch mit Chartanalysen gut auskennt und, ähm, ja, da wirklich, äh, eine Expertise habt, das natürlich alles separat machen. Oder beides zusammen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ähm, hier nochmal die Börsen, die vorhanden sind. Ähm, my exchanges, my exchanges, my exchanges are using API. Einen Moment, ähm, irgendwie liegt ja das jetzt nicht so, wie es sein sollte. Ah, da, ne, einen Moment. Mal gucken. Exchanges. Ah, da, genau. Also ich bin ja hier angemeldet nur als Binance Trader. Das ist kostenlos sogar nutzbar. Aber man kann halt nur auf Binance traden. Wie gesagt, ich habe mich erst vor ein paar Tagen oder 20 Tagen angemeldet, uns einfach mal zu testen. Ist natürlich auch eine super Sache für jeden, der einfach sagt, ah, ich will jetzt noch nicht mich irgendwie anmelden für eine Mitgliedschaft. Andererseits werde ich jetzt demnächst am 29. übermorgen, Black Friday. Machen die natürlich auch mit 50% Rabatt. Und dann kann man halt bei einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft, bei diesen ganzen Börsen traden. Das Gute einfach dabei ist, dass die Bots das dann halt machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt bei meinem Bot, Binance Bot, vielleicht 5 Trades am Tag oder 4 Trades. Dann habe ich bei denen, äh, und die anderen Trades, die, die Signale, also die gesendet werden von meinem Bot, werden halt nicht umgesetzt, weil ich halt nicht auf diesen Börsen hier, ähm, ja, den Zugang habe, sozusagen. Und dementsprechend ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, um einiges höher, statt 5 Trades, dann wahrscheinlich 20 oder 25 Trades machen zu können. Und dementsprechend auch einen höheren Gewinn letztendlich zu erzielen. Ähm, ja, das ist halt der große Vorteil von diesem, ja, kleinen Ecosystem oder großen Ecosystem, wie man es halt auch nennen mag. Ähm, dass man alles zusammen hat. Und die Sache ist beim Binance Trader, da muss man natürlich, da ist es halt so, dass man, dass, ähm, die Kryptowährung hier auf die Wallet, also bei 3Commerce, rauf, äh, schickt das Geld. Also die, äh, nicht das Geld, sondern die, ähm, Kryptowährung. Und, ähm, ja, das ist natürlich bei, wenn man jetzt als, äh, als, äh, ja, mit zahlendes Mitglied hier dabei ist, dann ist das per API-Schnittstelle, kann man seinen eigenen, äh, seinen eigenen, äh, ja, Börsenaccount hier mit verbinden. Und da haben die dann natürlich überhaupt keinen Zugriff drauf. Das Risiko besteht natürlich immer, man weiß halt nie in der Kryptowelt, was heute oder morgen oder übermorgen passiert. Ähm, muss jeder für sich selber entscheiden. Ansonsten kann man hier halt ab 24 Euro monatlich starten, 41 Euro oder 84 Euro. Und am 29. gibt's dann halt nochmal 50% plus, wenn ihr euch mit meinem Link halt registriert, nochmal 10% extra. Ähm, wenn ihr euch hier registrieren solltet, äh, und wissen sollt, welchen Bot ich halt nutze, ich hab jetzt, äh, ein Bot rausgesucht nach dem bisschen rumexperimentieren, ich hatte 2-3 Tage etwas gecheckt und dann hab ich halt ein Bot rausgesucht, der halt preislich ziemlich günstig ist und mir halt bisher diese, äh, diesen Gewinn sozusagen erwirtschaftet hat. Dann könnt ihr mich natürlich dann anschreiben und ich geb' euch dann ein Feedback dazu. Ja, oh, jetzt ist hier, ach so, nee, das ist, ah, das sind monatliche, genau, hier monatlich, 6-monatlich oder jährlich, wie das, genau. Wenn man eine jährliche Mitgliedschaft macht, das ist natürlich noch günstiger. Ja, und am Black Friday gibt's dann noch mal was oben drauf. Ja, also, alles Weitere, wenn ihr euch halt hier informieren möchtet, könnt ihr hier halt die Tutorials wählen. Und, ähm, ja, wenn ihr euch anmelden möchtet, unter dem Video halt den Link. Und ich werd' mal gucken, ob ich demnächst mal noch ein weiteres Video dazu machen werde, je nachdem, wie die Zeit halt vorhanden ist und wie die Resonanz und Nachfragen hier zu sein sollten. Ja, das war's auch schon mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst einen Daumen nach oben da. Und, ja, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, meldet euch im Kanal an und ich schau' mal, dass ich im nächsten, nicht allzu langer Zeit, ein neues Video mache. Bislang, ciao. Vielen Dank.